Ja, jetzt sagen die Kollegen Moin, nochmal im Fall Andreas Kieling, ich schätze ihn wirklich als tollen Tierfilmer, so habe ich ihn auch kennengelernt, also da ist er auch wirklich der Größte, also ich glaube es gibt keinen Bekannteren als Andreas Kieling, jetzt war mit zur Seven vs. Wild, also die sieben, die dann sozusagen in der Natur überleben müssen, eingeladen zur Show, war auch schon dort angereist, hat auch schon gefilmt im Camp, aber als er schon gefilmt hatte, habe ich auch schon, ich habe schon von dieser Aufnahme gemerkt, da knistert das irgendwie im Busch, ich weiß nicht, die Stimmung war nicht so die beste, Fritz Meinecke hat ihn auch so ein bisschen angeguckt, so komisch, beziehungsweise es war nicht so eine freudige, ja wie soll ich das beschreiben, vielleicht ist da auch Neid ein Grund, auf jeden Fall soll er dann zu Ann-Kathrin, also so heißt sie, im Internet heißt sie Affe auf Bike, ihre Seite heißt so, soll er dann wohl übergriffig oder grenzüberschreitend oder irgendwas soll er gesagt haben zu ihr und jetzt haben die Kollegen sich gemeldet oder haben sich da welche gemeldet und gesagt, widerlich und was weiß ich, was, jedenfalls wurde er dann aus der Show geworfen oder musste abreisen, Ja, ich finde es, ja natürlich, ich bin mit Interesse dran, weil ich will nur wissen, was da war, viele wollen das wissen, viele verteidigen Andreas Kieling, einige sagen auch, naja, wenn er irgendwie, ja grenzüberschreitend oder übergriffig, Ich weiß ja nicht, was er gesagt hat zu der Ann-Kathrin oder ob sie nur so empfindlich war, wenn er irgendwie gesagt hat, ja, du bist ja auch noch, du bist ja auch noch gerade aus dem, ähm, du bist ja auch gerade dabei, aus dem Ei geschlüpft, was weiß ich, irgendwas, wenn er irgendwas Abwertendes gesagt hätte oder wenn er ihr zu nahe getreten ist, keine Ahnung oder sie hat ein Disput, ich weiß nicht, vielleicht hat sie ihm irgendwas gesagt oder nicht die Beachtung geschenkt, die ein Tierfilmstar kriegen hätte können, keine Ahnung was, könnt ihr gerne kommentieren, ja, auf jeden Fall, ich bleibe an dem Thema dran, Das erste Video hat schon jetzt, ähm, ja, fast 3000 Klicks geholt, ich habe eben mal reingeguckt, also ziemlich viele Klicks und ist viral gegangen praktisch, meine Videos gehen viral, deswegen berichte ich auch darüber und ich, ich finde, ich will einfach wissen, was, was, äh, jetzt, äh, praktisch Affe auf Bike zu Kieling gesagt hat und Kieling zu Affe auf Bike, also Affe auf Bike heißt die Seite, äh, sie nennt sich selber so, das habe ich nicht gesagt, sie heißt so, also eigentlich heißt sie Ann-Kathrin Bendixen, äh, oder Bendix, ja, kann mich auch jemand berichtigen und, und ist irgendwie auf einem Motorrad unterwegs in der Welt, ja, gut, was hätte ich zu ihr gesagt, ich hätte mir erstmal kaltes Wasser ins Gesicht geschüttet, damit ich jedem, äh, wach gegenüberstehen kann und jedem auch, ich bin ja so ein Mensch, ich höre erstmal zu, also ich sage auch nicht, ja, oh, du bist ja die oder du bist ja der, sondern ich lasse es so ein bisschen mehr auf mich zukommen, vielleicht hätte das Andreas machen sollen, wenn er neu ist in der Sendung, aber es waren auch sehr viele da und vielleicht gab es Ungereimtheiten, vielleicht gab es irgendeine Sache, über die sich Kieling aufgeregt hat, keine Ahnung, ja, Andreas wird es vielleicht selbst irgendwann in der Bild-Zeitung sagen, Dankeschön.